Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Halloween-Special. Heute bin ich hier gemeinsam mit Thing 4 und wir werden uns heute den ersten New Super Mario Bros. U Mod spielen. Ich habe ziemlich lange Rumpo, wie es endlich gelaufen ist. Jetzt funktioniert es, aber auch nicht wirklich gut. Wir haben jetzt keine Schütteltaste, also wir können bei Eichelförnchen nicht den Aufschwung und sowas nutzen, aber das soll uns nicht aufhalten. Denn jetzt geht es erstmal los. Mit diesem schönen Hack, der von dem wir gemacht haben, habe ich gerade vergessen, den Lappen. Und ja, ich habe die erste. Die Musik von Luigis Menschen. Okay, wir werden das Ganze auf jeden Fall in zwei Parts durchplayen. Richtig. Okay. Luigi, der neben mir sitzt. Und Mario. Und Luigi, der neben mir sitzt. Und das sind nicht immer. Und wir müssen noch mit Falltasten spielen. Jürgen Fr. Das ist ein Krampf. Und es gibt da noch einen Gegner, das ist Ludwig. Da Ludwig, das ist so hässlich, schädert. Schon wie in Vollauswählen die schmutzig. Das wäre so ein Schmutz eine Geflüge. Kurz auskutscht. Und das sind immer schon die heftige Ohrenwald. Aber dieser Schaden am Boden, Junge. Weird, ja. Aber irgendwie schon schön. Aber hat was Hellurie gewesen ist. Also es wäre fast... Ja, okay, der Boden ist noch ein Lila. Haunted Planks. Und das gibt es ganz klar auf Englisch und auf Deutsch gibt es das nicht. Und ja. Items, haben wir noch was? Nein, aber nicht. Es schaut ein bisschen aus, als wäre es LSMBU auf LSD. LSMBU auf LSD, genau. Und ja, dann wäre es wahrscheinlich in zwei... Und bum bum. In zwei... Ja, so viel dazu. In zwei Videos werden wir es wahrscheinlich durchspielen. Ah, dann gehen wir weiter in Level, oder? Weil hier, sieht man noch. Moment. Es gibt hier nur die ganze erste Welt. Da hinten ist dann nichts mehr. Das ist schon normal. Und ja, das werden wir in zwei Videos durchplayen. Und ja. Let's go, I guess. Spooky Path ist das erste Level. Boah, es ist ziemlich nice. Gibt es da noch was? Ich bin so aus Zarkoins zu sammeln. Geil. Alle, die Störungen sind ein bisschen wir bei uns, weil wir zu schlecht sind. Ich nehme das. Es kennt mir. Ich komme halt hoch. Nee, ich schaffe. Ich komme halt hoch. Ja, ich kenne halt nichts. Und wir können jetzt auch nicht aufheben, leider. Ich habe es probiert, aber es ging nicht. Aua. Das wäre, können wir auch... Ja, deswegen können wir auch keine Niemann aufheben und so, weil... Schütteln sind hier nicht, leider. Das ist sehr gleich, aber... Hier ist wahrscheinlich die erste Starcoine. Und ich bin jetzt tot. Weil ich kann nicht schütteln. Ich bin überhaupt gespannt, ob ich das durchspielen kann. Ja, ich schütteln muss man halt irgendwie. Ich schüttel kann zum Spiel dazu, aber... Ja, das macht es nicht alles besser. Ich habe es kaputt gemacht. Ich mache das. Gut gemacht. Easy, easy. Aber wenn ihr mehr Hex sehen wollt... Dann lasse ich mir in Verleihung auch, oder ne? Da braucht man Peace-Witch. Oh, ne. Ja, da braucht man Peace-Witch, was man sonst brauchen. Oh, okay, das ist heftig. Ich habe immer schon davor gedacht. Ich habe gedacht, hä, kannst du jetzt da aufspringen? Oder wie ist es euch auch gefallen? Es gibt ja keine Starcoine, es gibt Moon Coins. Mhm, richtig. Saftloon. Fang, Schad. Ha, ausglichen. Nimm du das. Ich bin eher... Tremst du nicht weg, oder? Na, doch, 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 was schon. So. Und ja, ich weiß nicht, ich könnte nicht auch gerne über die Wiederbeschreibung runterladen. Der ist da verdient. Ich will gar wieder... Ich will gar wieder austackeln mit dem... Ja, mit dem das Falle anfolge ist. Das Binnenfall anfolge. Man kann nämlich ja nichts binden, weil es gibt keine Taste dafür. Oh. So, nur schütteln und... Aber muss man mit Wi-Mode spielen, ja? Ja, muss man mit Wi-Mode spielen zu zweit. Das gibt ja da keine andere Version. Oder man spielt die Monster. Ich glaub's alleine, aber man spielt sie alleine. Zu zweit machst du viel mehr Fun. Könnt ihr doch gerne mal in die Kommentare schauen, was ihr zu Halloween geht. Und darum bin ich so schlecht eigentlich. Was, Bruder? Weil ich der Geburtstag habe. Und die keine wirklich zu viel dazukommen, weil die Schütteln nicht funktioniert. Das macht's ja auch noch spannender. Das ist... Ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Normale Hexen sieht man bald mal im Internet. Aber so heftige Stil, Hexen sieht man auch scheiße. Nicht so schlecht. Ich bin gleich Game Over, ich schwör's dir. Ja, ich mach das. Du machst es, du bist einfach... King Luigi. King Luigi. Pro Gamer. Hallo, ich will doch... Mal die Pici am Hintergrund. Und auch sich ziemlich schön gemacht, hier diese ganzen Heck. Und auch mit den Kühen müssen. Und lass nur hoch. Da ist nix drin. Schisch. Mach ich nicht bekommen. Oh, Luigi beschützen. Luigi beschützen, Mario, okay, Luigi weitergeben. Na, Luigi, nichts wollen. Oh, da geht's rein. Ist da die letzte Star, oder? Aber die Lina, so eine Lina-Röhre habe ich da vor allem nutzten. Oh, Luigi mache in der Seite. Da braucht Geld. Da braucht Geld, da stimmt's. Ich brauche Geld, weil ich hab keine Leben mehr. Ja. Ganz vergessen. Okay. Auch hier mit den Grafstellen und so. Also, wirklich, der Heck ist schon sehr schön gemacht. Ich glaub, der ist von Remia oder von Willi Mekka. Ich glaub, er von Remia. Ich will jetzt gar... Ich... Ich hab ja alles in die Lina-Röhre. Nein, aber nicht. Nein, aber auch nicht. Das macht Spaß. Dann werden wir kurz in die Suche gehen. Wir schneiden dann die Star-Kun rein. Bis gleich. Zwölf Sekunden später. Bring us home. Nein, das war keine Atem-Tacht übrigens. Nein, nein. Atem-Tot. Willkommen zu Let's Play from the... Luigi Barrow. Luigi. 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 Luigi, der hat eher einen Mann. Gib mir das ab. Schad. Lotte. Du machst, bitte. Das? Das ist das? Na! Und die... Erst, der extra Anlauf. Man kennt ihn. Boah. Man kann kriegen. Wir gespannt, wie viel der Wände hat. So bad. Aber ich muss auch sagen... Ich bin... Ich bin schlecht. Und die Steuerung ist gehandicapt. Ja, und bei mir hat er das... Ja, und wenn ich war... Ja, ich war immer schon besser als Game. maxi und habe immer so scheiße getan ja scheiße an der pilz aus gebraucht auf die europäische nimmst druck das war nicht so und zwar da unten lächeln ja jetzt kommen die münzen erst okay gut ich bin dafür zu gut auf jeden fall ist hier die starke ja und damit haben jetzt auch die 100 prozent lächeln ja gut die erste starke die starke letzte weiß ein bisschen wenn man versteckt aber auch immer wenn sie schon und wählen draufkommt ja schon die müssen aber es ist auch nichts bunt und dann muss sie er ist es ein geschenk für dich nur ein Ziel zu sein genug großer und die ist die schnelle aber jetzt nicht zu lernen piranha pipe art und sie sind auch übrigens so wie er berg der kurschule doch mal wieder keinen bock gehabt wie häufig jetzt die kraft ist eine neue textur zu bekommen oder die zahlen und sie ist weißt du bist du darfst du durch scheiß vor dem die weg aber das ist auch was da was ist ein anderer aha sie ist der der eq-minister war wohl wohl muss echt ganz vorsichtig damit sein schatten von mir ist untergefallen ich bin ja auch so doch vor allem schießt das stoff hat er gebraucht die warst aber unten tut wer hat denke ich tun ich gehe es auch hat gar nichts zu tun und das ist bisher komplett einander so das wird durchweißen dass man die bergauf durchschnittlich ist der Bus was er will man auf und nicht zu sehen Bokulapilz und es muss dann Kumbagas hoch oder Lied und Nadu die Bequemann lag das kann sein wie ich die Hörsparten Kind die Gäste eine jetzt geht er mal zurück und stoffen ist hier ist das nächste zu die zweite starke bis abends durch die texte der bakten die klinik 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 darf fachen die gut Gott Piranha Pflanze wie geht's dir tschüss das ist das dringend schießt man es gibt es in der luft zu tun oder die bauten sind was ich häufiger mal weg das ist die dritte oder ja nur so wo es ist wo sie gut exit sie kriegt noch wirbel keine die ziel ab und abgibt drei können wir das ist so sehr wirbel ist einfach ein heftiger das braucht man einfach oder bis bis aufschlissen als die zusätzliche Existenz ist er da neu im r es wird gar nichts mein kind das interessiert mit anstrengend und was ist hier spring block block also ist doch was da schon wieder später noch hin aber jetzt noch erst mal hier noch fertig weil die zweite starke wo ist weil jemand vorausgerannt ist haben sie erst nicht allerdings nicht bekommen du bist schlau zuerst nur das das ist warum es ist auch fixen irgendwann wenigsten Mots es gilt ja und er ist wieder alles zu verwaschen alles ein bisschen verzehrt da muss man schon was so an das muss man wir brauchen Mario auch lieben die Säden hier und eine hallo das ist die erste die Westerstoffe bei die Säden so verdient erster Anlauf so verdient so verdient wenn sie fertig machen das mit dem Problem immer aufpassen für gefährlichen kuba boi tschüss ja ohne wirbel kann man dann schieffert man es ist so mit der teile mario 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 und auch der erste extra anlauf für lucy für lucy nur was hat was und holz als er hier ganz gut jetzt weil jetzt haben wir eine konkurrenz kommt schön dann gehen wir mal unten, oder? schon erstmal ins Pilzhaus Pilzi Pilzi sowieso noch seitdem no ich merks mir das oh, Glückspiel, okay dann warst du schon weg du musst da wegschauen und schießt das raus Kappa okay, okay ich nehme das erste scheiße ach, Glückspiel ist das nächste Mal, nicht mehr Stärke nichts mehr Stärke, aber ich stehe sie laufen nicht, heute gibt es nichts sie steht alles in den Lappen so, let's go da kommt es als Bonus Level mit diesem heftigen schwarzen ist der Bonus Level Springblock Berg Springblock, Bock, ich glaub schon ja, es ist uns aber es ist oder? ich bin noch mehr Kochtes Wasser, Totsytens Wasser, Gimis Wasser, Gucht ich bin Sammeln Saule this well Pulzi so schwarze Krebesse einzig der Kriegs das zum gebracht und ein heftiger Pinguin suit und lässt gut wir können die ihre Klüsen die 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 mann und klarer dem lag ja gezogen so ich umbringen aber noch so ich umbringen zu die umgebracht wie er dem das wieder unterstampfen muss über die erde unter stand für meine steuern für sie nicht so richtig junge du scheiß drecksfisch bringo's noch der einzige starkein okay dieser boost hallo wir stehen mal du rätst du hast du schlöpfer aus stopp zurückgehen hallo ja wenigstens da kohlen hier ist der zweite dem lag schau auf die ding oder die saskin die warst du noch vor kurz mit einer ist komitärer hallo das ist was wir her dort ist es getroffen hat hilfe was aufgestimmt sonst die beste fisch er hat es doch wohl starten der schweißen nun waren die Münster durch den Ganzen das aufjahr wie die Säbe versteckt ihm steht ließ die nun Kreuz wo ist meinten Schimpf hier die Schimpf so gut sie wird wohl die Welt zu begeistert von ihnen und die Linie zu bestehen das so wie sie versuchten nicht so erzielt schade sind tschüss du Knechten Krebs die Duk Spass aus der Luft hängt aber auch mein Gott wie die umgebracht hat dieser Stin doch das Gelächter auf Schmissen und ist das biet da auch wir müssen schauen die nächste Dinge sich da irgendwo ekelhaft ich werde freilich schnell ich habe münzen geben du brauchst münzen du bist es ist alles geändert oder wie es hättet ja noch 40 sekunden also stimmen scheiße dann rennen das dräne sterben wo ich das ist jetzt ist da können was du da ist es gab noch ein secret exit in secret exit so dass aus der abkrieg wegen damit schon das auf die sorgte die erste blablabla machen was gehen wir erst wie es ist heftig boah verredete second level boh bin ich heftig nein was auf okay gedruckt wir sind weg er hat nach jedem level speichert es aber automatisch finde ich witzig wenn er jetzt einfach so kurz durchspielen 100% mehr und wir werden dann noch kurz das Karten machen und das war's dann in diesem Part das ist gleich das andere holen wir dann auf keinen Jürgen die Kirche die Freistoise die umgebracht und dann stirbst aber Jürgen Kiel das heißt und dankbar da der Streifen Luigi's Kiescher ganz ein bisschen drüber die Hände nur ganz so wie es ist ja eigentlich ich bin die Leichte ich bin wenn sie in die Pizze sie ist nicht sehr und sieben Schienen die Kanzlerin aber kurz wie du sie ist das ist das also ja Blutmann Mario ist der Stich weil er ein Kassel und das Endbärm was das ist zwar jetzt gut eigentlich dass nun stellt b2 und y spiel ich gerade immer die näheren remote auf und pro controller hatte das kurz muss werden hier einstellen sobald das aussatz 6 grenzen schon immer dann kannst du zimmer ja und jetzt kommt direkt das kassel jetzt vorliegen sieben versuch alt ist bitte kraften das ist ein die scheiße die nicht bütteln schon ganz verwendet haben müssen da braucht niemand wo es ist das level hat gedacht er schiebt ihres er hat extra die deutschland aber es bringt alles für außer gleiten weil es andere kennen wir nutzen weil er hat sich gleich nahe hätte die Kirche Neustadt der hätte dies einbruch soll nicht nur durchkommen gerade er hat sie dagegen na doch stimmt schon fast er hat sie dagegen gebrochen dass man hier das war die Mario kann tun das alte für die er hat geklärt für das gewollte wieder so wirsten ich bin einmal Alibs konnte konnten da bist du nicht wenn ich habe heute zurücksicht will für die was ist da los war die da los Hr aber ja hallo was ist in die Gäste sind zwei Spiele Ausgleiche sein der erste er jetzt weiter start to him erkennt man mich so auch nicht so gut glitschen auch schon was für heftiges Geld ist er zu glücklich da geht's weiter sie hat lebt kurz ich bin tot warum springst du spaß dazu unterbrücken stehen kurz doch es geht schon der links der mutter schulden die einfach sterben ja hier sich der war gut braucht durch den überlegten suizid 6 gutmacht zu ziehen das ist die rückwärts amerika flashbacks der typ hat richtig aggressionen ich habe schon die märkte dass wir außerkommen stellen danke ich habe davor ich habe immer die knopft okay jetzt jetzt war es richtig jetzt ja das hat alles verzögern da kann man nichts machen ein bisschen so was ist das wichtig mit Schopenhagen Messdorger Bogen da und Hälften auch die Kiel und Trottelix das ist der dauerlichen Trottelix Hälfte so was er so was der davon sterben da wo ich mehr da der Bogen das gehen ja ich bin ich habe nicht mal das ist so ein wenig was kannst du eigentlich es macht das ist unten bleiben Spaten Luigi schien der Kranz nahm er an der Klinik der liebsten jetzt naja sehr gerade noch ein bisschen ein alt sonst und sie gepusht das gewesen ist auch so etwas schicken jetzt schicken wir machen als erhebt so geht und dausen schweren echt extreme aber der welt ist cool ist der kristall ist wenn wir ein letztes mal noch schneiden zu der starke in der letzten von diesen diesen level hier ich auch nicht das anstrengend und schafft die flagge ist weg nein gibt herr mal kurz die eichel jetzt ist so haltet zum bukeback die eichel genau so groß ist ein bisschen schädel ich kenne aber nichts erst so groß mehr kopf ist da war noch kurz hinwannen und wir sehen uns gleich wieder danke dass du wieder doch lieben wie gelenkt hast denn wir umgebracht hat ja es ist schuld auch so lieb wir haben die erzählen von die extremen ja wahrscheinlich ist das gute Fuhren das war kein scheiß noch nicht mehr verabschieden wenn man sonst ist gut macht die Welt 6 umgebracht wird jetzt holt es ruhig heißt das gibt es nicht gewartet wird so lieben haben okay wir haben jetzt die starkein das ist echt sagt doch doch stopp happy player mode marie steht jetzt in der babbel war es schön war es schuld habe jetzt Gürtel ist das Bild die Erwärter an aus dem Spiel ziehen aus dem Spiel ziehen das weiß die zehn aus dem Spiel das ist es 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 ist warum die Tendenwahrung funktioniert mit zehn Jahren bei Baum ja das war so wie es wieder da kann es zu schauen Im nächsten Part geht es dann hier bei Another Halloween Special weiter Und ja, der Part wird auch heute noch hochkommen, ein bisschen später dann noch und ja schaut wieder rein, bis zum nächsten Mal und ciao Tschüss Bis zum nächsten Mal